Herzlich Willkommen zurück zu The Last of Us Remastered auf der Playstation 4. Ja, wir sind zurück. Ihr seht's, neue Aufnahmesession. Und da wollen wir mal schauen, was uns jetzt hier mit Ellie erwartet. Gucken wir mal. Ich freu mich wie ein Schietze. Sucht alles ab. Geht sicher, dass sie dich nicht versteckt hat? Ja, natürlich, Chef. So. Wir wissen ja, Joel ist ja... Oh, ein Quad. Geil. Damit kann man nicht wegfahren. Nein. Wir wissen ja, Joel ist ja krank. Oder beziehungsweise er ist ja so schwer verletzt worden, dass sich Ellie um ihn gekümmert hat. Oh, ich bräuchte irgendwas zum Ablenken. Ich hab keine Flasche hier. Nein. Oh, das ist eine ganz dämliche Ausgangsposition, wo ich jetzt gerade bin. Aber die drehen sich um. Das ist... Das... Habt ihr was gesehen? Ihr auch nicht. Das ist sehr schön. Hu, 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 ganz langsam, ganz vorsichtig. Wer ist das, scheiß Girl? Was haben wir denn hier? Ja, Flaschen. Ja. Das können wir uns weiterbringen. Sehr, sehr weiterbringen. Wenn wir die Flasche richtig... werfen. Oh, scheiße. Ja, geil. Yes. Nummer eins schon mal ausgeschaltet. Fehlt noch... Uah. Yes. Zwei auch. Mieses Arschloch. Mieses Arschloch. Fehlt nur noch... Nummero drei. Oh, scheiße. Da, komm. Yes. Oh, 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 da kommt ja noch einer. Hallo. Hallo. Den mach ich auch ganz schnell kalt jetzt. Ah, der kommt genau in die Richtung hier. So ein Mist aber auch. Na, 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 na. Scheiße. In den Arsch. Uah. In den Arsch. In den Arsch geschossen. In den Arsch. Yes. Ja. So. Sammeln wir mal wieder unsere... Uah. Huch. Hoppala. Ich hab mal wieder ganz schnell vergessen, den, ähm... Mein Gott. Ich vergesse das immer wieder. Den Bildschirm schon mal auszuschalten. Ich werde aber... Warum hab ich denn jetzt so Sound? Entweder hat das Spielsau-Probleme oder ich hatte jetzt gerade welche. Ich hoffe, ihr hattet... Ich hoffe, ihr hattet die nicht gehört. So, da sind überall die Pfeile. Hä? Achso, ich kann den Pfeil nicht mitnehmen. Naja, gut. Ist ja nicht... Ist ja nicht so tragisch. Ist ja egal. Da kann man ja... Trotzdem... Aber ich hab hier... Massive Sound-Probleme gerade. Warum auch immer. Ja, mein Handy ist auch abgeschmiert. Ich weiß jetzt gar nicht die... Die Zeit jetzt gerade. Das ist natürlich... Nicht toll. Mein Handy... Meinte, es müsste sich gerade... Beziehungsweise... Ähm... Mein, mein... Ah, das ist natürlich auch ganz toll. Ähm... Mein Handy ist quasi meine Uhr. Mein Timer. Und, ähm... Ja, irgendwie meinte mein Telefon, es müsste sich... Ach ne, es läuft weiter. Uh, stimmt das mit vier Minuten? Ja, das kommt hin. Vier Minuten kommt hin. Ähm... Wie komm ich hier raus? Mein Handy meinte, es müsste sich neu starten. So, da können wir schon mal eine... Mülltonne verschieben. Ein Jetski? Ne, Jetski ist doch das auf dem Wasser, ne? Nein, kein Jetski. Ein Snowboard ist es auch nicht. Wie nennt man die Dinger denn nochmal? Ach, da oben rein. Ja. Man merkt schon, dass Ellie... Viel mehr Kraft braucht wie Joel... für diese Tonnen. Es ist toll. Also... toll in Szene gesetzt. Yay! Hallo? Ich will die hier nicht besitzen. Können wir was zusammenbasteln? Okay, wir haben einen Medikit, einen Molotow und eine Nagelbombe. So, wir befinden uns hier irgendwo in so einer... So eine Berghütte, so eine Art Hotel oder was das ist. Wir haben hier, Coffee to go. Coffee to go. Coffee to go. So. Ja, das... Da können wir was sammeln. Ja! Juppie! Hallo hol! Das ist mir viel zu ruhig hier. Bin ich ganz ehrlich. Das ist mir viel zu... Ja, das ist klar. Wow! Okay. Ihr seht's. Ähm... Da sind Gegner. Ähm... Das ist gar nicht gut. Das ist... Hier ist nichts. Ja, hier ist nichts, gar nichts. Genau. Ach. Sehr schön. So, da können wir auch direkt vorbeischleichen. Hat Ellie eigentlich irgendwie einen Nahkampfwaffen, ey, ne? Oh, wir können Medipack herstellen. Ja, das machen wir doch direkt. Dann haben wir nämlich zwei. So. Ähm... Nehmen wir mal die Pistole. Oh, da hinten... Oh, da hinten läuft schon einer. Da hinten lief einer. Ich hab ihn gesehen. Der hat sich da hinten hinter dem Sessel, glaube ich, versteckt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich höre nichts auf meinen Kopfhörern. Also, ich höre nichts. Also, ob jetzt hier irgendwo jemand wäre. Boah, was ein cooler Kamin. Boah, geil. Sollen hätte ich auch gerne zu Hause. Naja. Kann der nicht alles haben. Und da ist auch ein Kamin. Nice. Ich frage mich, wo der... Oh. 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 Wo läuft der hin? Wo läuft der hin? Oh. Oh, ich glaube, die suchen mich da hinten. Also, werde ich mal ganz schnell die Beine in die Hand nehmen. Hier noch eben alles aufsammeln. Und dann ganz schnell durch die Tür hier verlassen. Hallo. Hallo. Oh. Oh, 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 oh. Schnell, schnell. Hö, 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 hö. Alter. Alter, 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 alter. Alter, 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 alter. Hey, Aldi. Ich hab die Scheißgörer. Ach. nothing. Stirb. Stirb. Stirb, du Lutscher. tied. So. Wir nehmen Medipack und stellen direkt eins her. Aber ich habe gesehen, wir können direkt eins herstellen. Das machen wir auch sofort. Sehr schön. Also, quasi wieder Gleichstand. Puh. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir da doch noch kämpfen müssen. Das sah sehr gut aus. So, dann gehen wir mal weiter. Ah. Huch, was? Oh, oh. Oh, oh. Wie fühlst du dich? Super. Hier. Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Das ist ein mieses Schwein. Oh. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen. Und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Das war komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Du bist ein kleines Miststück. Du hast es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ellie. Was? Sage ihnen. Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. Ellie. Und damit sind wir wieder zurück bei Joel. dem es noch nicht hundertprozentig gut geht, aber Ellie vermisst. Haben wir denn noch unsere... Ah, unsere Ausrüstung. Ja. Geil. Geil. So. Hier haben wir nur Revolver-Munition. Die haben wir. Wir werden aber mal ein Medipick... Medipick. Wir haben nicht so viel... Äh. Wir haben nicht so viel... Mist. Wo waren wir denn jetzt hier gewesen? Was wollten wir denn hier machen? Schwanken. Da fahrten wir. Ah ja, maximale Gesundheit, glaube ich, wollten wir machen. Ich glaube, ich kann mich in den Sinn. Wir werden mal schauen. Vielleicht reicht das auch. Um voran... Um voran zu kommen. Vielleicht finden wir ja noch was für ein Medipack. Oh, Mann. Verdammt, wo bist du? Verdammt, wo bist du? Verdammt, wo bist du? Da haben wir wieder eine Flasche... Äh. Da können wir schon eins herstellen. Gerade noch vongesprochen. Zack. So schnell geht's. So. Und dann nehmen wir auch direkt eins. Weil dann haben wir das. So, ich werde mich mal ducken, weil man weiß ja nie... Vielleicht sind die anderen ja... Aber er läuft ganz schön langsam mit dem Ducken, ne? Ganz schön. So. Da ist die Tür. Wir kommen aber auch hier raus. Ich möchte mich erstmal in der Garage umsehen. Da haben wir einen Lappen. Mit dem Lappen... Da kannst du dich wegpacken. Da haben wir ein Regal. Und hier ist eigentlich nicht so großartig. So. Und somit... Gehen wir auch direkt wieder... Raus. Und schauen mal, was uns draußen erwartet. Ui. Sehr schön. Ich hab ja gehofft, dass wir nochmal lang laufen können. Ja, wo ist sie hingelaufen? Ja, wo ist sie hingelaufen? Schön, so diese Schneelandschaft gefilmt mir richtig gut. Ist toll gemacht. Wow. Was ne Aussicht. Mist. Wow, 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 wow. Mist. Das bringt, glaube ich, nichts. Jaja, ich schleiche mich hier rum. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Bam! Bam! Wir haben nur zwei Schüsse in dem Gewehr. Das heißt, wir müssen damit... Ja gut, nicht sparsam umgehen, aber... Alter, falter. Wo rennen sie denn hin? Ah, der hat gesessen. Mist, jetzt könnte man nochmal die Munition holen. Den im Haus war. Wow, jejejejejeje. Wir werden mal außen rumgehen. Ist hier was im Truck am liegen, vielleicht? Ne. Hier vielleicht, irgendwie? Vielleicht liegt ja hier noch überall irgendwo was. Und ich lasse das einfach mal liegen. Normalerweise. Ne. Ein alter Stuhl. Ein alter Stuhl. Ein alter Stuhl, so wie mein Alter, wo ich hier drauf sitze. Sie suchen auf jeden Fall wieder und wissen nicht, wo ich bin. Das ist schon mal gut. Schauen wir mal um die Ecke. Da hinten hinter der Tonne ist, glaube ich, einer langgelaufen, wenn ich das richtig gesehen habe. Boah. Ja, ja. Weg! Da lief einer. Und da hängt eine Axt an einem Baum. Hä? Na, wo ist er? Dahinten. Dahinten laufen sie. Ja, geht mal schön da hin. Geht mal schön da hin. Ja, ja. Geht mal da hin. Da ist, da ist was für euch. Wo bleiben die denn? Ich traue mich jetzt auch nicht näher da hin zu gehen, weil dann kommen die auf einmal und dann explodiert da Dinge. Ich werde mal die Axt hier mitnehmen. Weil die ist noch heile und die andere nicht. Was ist denn jetzt mit denen da? Hallo? Okay. Nehmen wir das doch wieder auf. Anscheinend. Ach, die haben sich da hinten verrammelt. Verwammelt. Verrimmel, rammel, 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 rammel. Rimmel, rammel, 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 bumm. So. Ja, schwankende Waffe ist schon weniger geworden, dadurch, dass wir es geupdatet haben. Ich glaube, das waren alle gewesen. Ich nehme mal Vorsicht, aber trotzdem mal den Revolver nochmal. So. Yay. Gewehrmunitionen laden wir direkt mal nach. So. Und jetzt gucken wir, die liegen alle schön auf einem Haufen. Ja. Werde mich mal eben im Haus umsehen. Vielleicht finden wir ja da noch ein paar Utensilien, die wir gut gebrauchen können. Ja, natürlich, Lebensmittel, Lappen, Werkzeug, Olivenöl, wo ich jetzt gerade schon sagen. Was? Äh, Alkohol, Alkohol. Wir springen mal durchs Fenster. Alle, hopp. Alle, hopp. Tuch, habt ihr die Arschloch. Mach ihn kalt. Nein, 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 nein. Was willst du von mir? Was soll ich? Du bleibst hier. So. Für das Mädchen ist sie am Leben. Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Jetzt zieh mich an. Sieh her. Ich hole dir die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt. In der Stadt. Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon. Da ist es. Er bestätigt das. Frag ihn doch. Na los. Ich lege nicht. Verdammte Scheiße, Mann. Er hat dir doch alles gesagt. Von mir erfährst du einen Scheißdreck. Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein. Ups. Schauen auf. Na los, komm. Hör auf damit. Ich hab dich gewarnt. Ich bin infiziert. Ich bin infiziert. Wirklich. Und du auch. Genau da. Roll den Ärmel hoch. Guck's dir an. Ich mach das Spiel mal mit. Was hast du nochmal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt. Die will uns nur verarschen. Für mich sieht's verdammt echt aus. Was ist denn bloß los mit denen? Und wir sind... Wow, 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 wow. Und wir sind hier im tiefsten... Tiefsten Schnee. Ja, ich brauch ne Waffe. Okay. Ich schaff das. Ja, aber schon mal Medipack. Das ist schon mal sehr gut. Das ist das Einzelste, was wir haben im Inventer. Oh, 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 da hinten. Das ist ja, glaub ich, in einer Zoohandlung, ne? Kann das sein? Toys? Curious and... Ken... Oh, 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 oh. Das ist gar nicht gut. Die sind jetzt ganz schön in Rage alle. Da haben wir eine Flasche, die nehmen wir mit. Können wir die anderen ablenken. Oh, 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 oh. Schnell ablenken. Schnell ablenken. Dann können wir nämlich hier an die Schublade dran. Da ist nämlich ein Medikit drin. Yeah, geil. Und hier? Nichts. Nichts. Nothing. So, gehen wir mal übers Klo raus. Ich hoffe, da steht jetzt... Ich hoffe, da steht jetzt keiner. Da kamen wir nicht lang. Oh. Was war das? Ja, es ist eine gute Taktik, jetzt hier die Gegner abzulenken, so. Oh, shit. Was man machen sollte. Das ist überhaupt nichts jetzt hier. Ist hier gar nichts. Es ist so... Diesig und nebelig und... Okay. So, ich hoffe, ihr seht mehr wie ich. Oh, da war irgendwo bei einer gewesen. Ich habe schon gehört an der Geräuschkulisse, aber wo? Müssen wir hier... Ich weiß gar nicht, wo wir lang müssen. Ich laufe rein. Oh, 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 oh. Da oben war einer gewesen. Ich glaube, wir müssen auch da rauf, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Wir können wahrscheinlich auch hier rauf gehen. Ich gehe mal die Treppe rauf. Oh, sie sind überall. Ich gehe mal wo lang. Oh, da unten war einer. Oh, 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 da unten war einer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier, Ellie. Schnell weg hier, Ellie. So. Sehr schön. Und ich würde sagen, das ist ein perfekter Platz, um ein kleines Päuschen zu machen, um das sich Ellie erholt. Und wir uns natürlich auch. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dann auch wieder dabei. Dann geht es spannend weiter hier. Um Schneelevel bei der Last of Us. Also, macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.